Hallo von der Dachpraxis. Neben mir steht Frank Engelmann von Nilskamp. Ihr seid zum ersten Mal bei Dachpraxis dabei. Was stellt ihr denn vor? Ja, wir haben dieses Jahr auf der Dachpraxis logischerweise das Thema Dachziegel-Dachstein-Eindeckung mit im Programm, wobei wir uns hier eben auf die Verlegetechnik, auch die Sicherheitstechnik etwas fokussieren. Dabei geht es uns insbesondere um das Thema Windzugsicherung, ein ganz wichtiges Thema heute bei der Verlegung von Dachziegel-Dachstein. Nein, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Es gibt mehr Extremwetterreignisse in Deutschland. Und dem müssen wir entgegnen, dass unser Dach auch weiterhin langlebig und sicher bleibt. Und da ist eben die richtige Sturmklammerung, Sturmsicherung ein ganz wichtiger Faktor, um das auch zu gewährleisten. Sicher wahrscheinlich auch nicht nur für das Dach, sondern auch für die, die vorbeilaufen. Ganz klar. Ist es denn bekannt, dass man die Ziegel auch sichern muss oder war das für manche total neu, dass man so viele Ziegel sichern muss? Nein, das Thema Sturmverklammerung ist schon seit vielen Jahren Pflicht. Es ist zuletzt 2011 verschärft worden, dass mittlerweile auch in der Windlastzone 1 generell jedes Dach verklammert werden muss. Nicht unbedingt das gesamte Dach, aber zumindest in Teilbereichen. Und es ist eine Arbeit, die hält in Summe dann doch auf, die verzögert die Dacheindeckung. Und da haben wir uns einige Sachen einfallen lassen, wie man es eben schneller, einfacher und komfortabler, am Ende des Tages auch sicherer umsetzen kann. Ein Beispiel hierfür wäre der Dachstick, die ziegelintegrierte Sturmverklammerung, die wir zurzeit für unseren Flachdachziegel F12 anbieten. Wie man hier schön sehen kann, ist die Klammer bereits am Dachziegel integriert. Bei der Eindeckung greife ich einfach dorthinter, öffne die Klammer, hänge das Produkt in die Dachlatte ein, den Ziegel in die Dachlatte ein, ziehe den Bügel runter und habe dann hier automatisch die Sicherung erstellt. Also eine sehr zügige und komfortable Weg, die Sturmsicherung zu erstellen. Die Klammer passt sofort für 3 auf 5er und 4 auf 6er Lattung. Das ist ein Vorteil, denn der Handwerker braucht nicht verschiedene Klammern für verschiedene Lattenstärken, für verschiedene Ziegel etc. vorhalten, sondern er hat es eben alles an einem Ziegel integriert. Der Ziegel wird bei diesem Verklammerungssystem mittig gehalten. Das heißt, nicht nur wie bei herkömmlichen Seitenfallsklammern an der Seite, sprich ein Aufscheren von der Seite, ist somit auch das Risiko deutlich vermindert. Weiterer Verlegekomfort ergibt sich dadurch, dass ich die Klammer etwas drehen kann, sollte ich mal genau auf dem Sparren landen, dass ich halt darüber auch neben den Sparren komme. Und last but not least, hier bei dieser Verklammerung kann ich auch die Verklammerung im Nachhinein von außen lösen. Das ist bei, je nachdem wie stark verklammert wird, bei Seitenfallsklammern nicht unbedingt möglich. Es ist nur möglich mit der Zerstörung eines Ziegels. Das ist hierbei möglich und bietet somit eben eine einfache, schnelle und komfortable Möglichkeit, die Windzugsicherung umzusetzen. Und wie war denn so die Reaktion der Teilnehmer? Einige kannten das sicherlich schon, die mit euch arbeiten, aber für die es neu war, fanden sie das super oder sagen sie, ja, das Gleiche gibt es ja schon in grün? Ja, wie Sie schon richtig sagten, einige kannten es schon. Für viele ist das Thema noch neu, eben diese ziegelintegrierte Klammer. Seitenfallsklammern sind am Markt durchgängig bekannt. Es muss eben umgesetzt werden, es wird auch daher umgesetzt. Diese ziegelintegrierte Sache ist eben eine Neuheit, auch einzigartig am Markt. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal mit der Firma Nelskamp. Und das hat man eben im Praxisteil auch gesehen, wie zügig, wie einfach die Verklammerung damit ist. Und das war schon ein AHA-Effekt für verschiedene Handwerker, die hier vor Ort waren. Okay, dann vielen Dank. Und wenn Sie mehr wissen wollen oder Fragen haben, schreiben Sie doch an info.dach-praxis.de oder schauen Sie einfach auf die Website von dach-praxis.com oder natürlich bei Nelskamp. Dach! 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 Vielen Dank.